Die Schweizer Kantonalbank hat ihre Strategie 2014 bis 2018 konsequent und sehr erfolgreich umgesetzt. Wir haben die Entwicklungen gut vorausgesehen und die hochgesteckten Ziele trotz schwierigen Rahmenbedingungen erreicht. Die Schweizer Kantonalbank ist auf Kurs. Wir sind der Marktleader im Kanton Schweiz und bereit für die Zukunft. Unsere Vision? Die Schweizer Kantonalbank bleibt der Marktführer im Kanton Schweiz und ist vermehrt in der ganzen Deutschschweiz aktiv. Das Motto für die Strategieperiode 2019 bis 2022 heisst darum, Grenzen überwinden. Das gilt für uns alle persönlich, aber auch im Team und auch für die Schweizer Kantonalbank. Die Dienstleistungen werden in Zukunft in der ganzen Deutschschweiz anbietet, ohne eine auswärtige Filiale zu eröffnen. Und keine Angst, wir bleiben unseren Werten drin und expandieren nach Schweizer Art. Auch in Zukunft steht die Schweizer Kantonalbank für Sicherheit, Vertrauen und Qualität. In den nächsten vier Jahren kommen wieder ein Haufen neue Herausforderungen auf uns zu. Die Ansprüche unserer Kunden ändern sich schnell. Auch die Märkte werden sich verändern. Es wird nur schwieriger, gutes Personal zu finden. Die Auswirkungen der tiefen Zinsen werden immer Nutzgespüren sein. Der Immobilienmarkt ist gesättigt. Und die Technologie wird noch wichtiger. Mit den folgenden sechs Strategieoptionen stellen wir uns bei der Schweizer Kantonalbank den Herausforderungen. Wir sehen Veränderungen als Chancen und etablieren eine neue Unternehmenskultur. Noch mehr Prozesse werden mit Fokus auf Basisdienstleistungen und Immobilienfinanzierungen automatisiert und durchgängig über digitale Kanäle abgewickelt. Das Vorsorgegeschäft für Privat- und Firmenkunden wird neu positioniert und das interne Potenzial noch besser genutzt. Das Firmenkundengeschäft wird auf die ganze Deutschschweiz ausgeweitet und wir akquirieren gezielt neue Firmenkunden. Im Private Banking wollen wir zusätzliche Marktanteile gewinnen. Unser Anlagegeschäft stärken wir weiter und festigen die Zoos Image als Anlagebank. Im institutionellen Geschäft wollen wir stark wachsen, neue Kunden gewinnen und die Zusammenarbeit mit der EVV wieder aufbauen. Unser ganz wichtiges Retail- und Handelsgeschäft führen wir erfolgreich weiter. Wir sind überzeugt, dass die Schweizer Kantonalbank mit dieser Strategie und dank dem Einsatz von uns allen erfolgreich wird sie und auf Kurs bleibt. Wir freuen uns darauf, miteinander Grenzen zu überwinden und Zukunft zu gestalten. Wir spannen auf www.kurs.de Vielen Dank.